Hey Leute, heute fahre ich nach Ikea und wie vielleicht viele von euch wissen, ich möchte mein Zimmer umgestalten und deswegen fahre wir auch zu Ikea und einfach in Regards. Ihr seht jetzt dann ein paar Timelapses angeblendet und wenn euch das Video so weit gefällt, ich halte die Leute natürlich nicht so gut, aber ich muss mich jetzt auch noch fertig machen und wir sehen uns dann in der Timelapse. Bis zum nächsten Mal. So Leute, wenn euch die Timelapse so weit gefallen hat, dann zeige ich euch jetzt noch kurz mein Setup, was ich so eigentlich mit hatte. Okay, das zeige ich euch genau jetzt. So Leute, ich will das alles hier auf dem Bett nehmen, aber das ist noch ein bisschen unordnbar. Ich glaube, ich mache das jetzt mal. So Leute, hat geklappt. Und ja, wir sehen uns gleich auf dem Bett. So Leute, diesen Rucksack hatte ich auf jeden Fall mal mit. Da passt eigentlich alles an. So Leute, wir fallen mir erstmal mit dem Wichtigsten. Mein Handy. Das war natürlich klar die Sache. Und ja. Das hatte ich eben mit. Und hier eben noch das Portemonnaie, ist auch klar. Hier dann schön, was das Wichtigste ist fürs Frauen, die letzte Timelapse, die ihr gesehen habt, die habe ich mit dem Handy gefilmt. Und nicht mit der Kamera. So. Dann haben wir hier mal die Timelapse. Dann hier einfach noch mein Selfie-Stick, auch ganz klar. Und der ist auch nicht besonders, wie ich einfach so sage. Kopfhörer und Musik zu hören und ja. Dann kommen wir mal zu was Wichtigem. Mein Stativ. Das ist nur einmal zum Einsatz gekommen. Und das war eigentlich okay dafür. Damals war es richtig cool, mein iPad, da habe ich die ganze Fahrt lang für mich geguckt. Und ja. So. Und ja Leute, das war einfach noch mein Setup. Und das ich einfach mit hatte. Und ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da und abonniert den Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao Leute.